Mein Name ist Veclana Linnberg, ich bin hier im Bezirksamt Tempelhof Schöneberg Beauftragte für queere Lebensweisen und gegen Rechtsextremismus. Das ist eine Stelle, die 2017 eingerichtet wurde und da waren wir, wie so oft, den anderen Bezirken schon weiter aus. Meine hauptsächliche Aufgabe ist die Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin in den Themen Queer und Rechtsextremismus. Also ganz wichtig für mich ist die gleitende Arbeitszeit. Wir haben außerdem die Möglichkeit, ein Jobticket zu erwerben. So kann man auch normalen Zeichen für die Umwelt setzen. Und wir haben 30 Tage Urlaub, was nicht überall selbstverständlich ist. Für neue KollegInnen ist es ganz wichtig, dass sie offen sind und sich einlassen auf unseren Bezirk mit seiner bunten und vielfältigen Einwohnerschaft. Ganz klar, dein Platz ist hier.